Ohne Zweifel wird es bis Mittwoch nicht so sein, dass die Inzidenz unter 50 pro 100.000 in Deutschland liegen wird. Sie sinkt. Sie sinkt in ermutigender Größenordnung. Wir sehen also, die Maßnahmen wirken. Aber aus heutiger Sicht ist es sicherlich noch nicht so, dass alles ab dem 15. Februar wieder so sein kann, wie es im Oktober war. So schwer uns allen das fällt.